Scheiße, Krippe kaputt. Äh, Schulz. Ja, das ist einfach unverfälscht, ne? Hm, unverfälscht und ehrlich. Black on stage. Kannst du mir die Erde gehen? Hm, ja, bestimmt. Gut, gut. Äh, ach. Na. Das ist ja nicht mehr viel. Ja, ich hab aber... Nur noch die, ähm... Na, aber das hat Holz... Holzschaufel, ja. Willst du dir eine geben? Ja, wenn hast, gerne. Aber ich geb dir eine. Ja, war klar, Alter. Du Sack! Hey, hey, hey. Ich werde immer geschmeidig, weißt du. Echt, schlimm mit dir. So aussozial. Nicht mal kurz reden. Immer das Wort. Ja, sicher, ich komme aus dem finanzschwachen Ghetto. Hallo, sagt es nicht. Was? Ja, erstens können die, wenn die so sind, nichts dafür. Sind immer nur die Eltern schuld, ist ja klar. Alter, der kleine Junge sagt zu seiner 30-jährigen Oma schon Oma. Was? Alter, was ist denn mit dir kaputt, ey? Na, ne Menge. Ich bitte, komm's voll scheiße an bei YouTube. Ja, der auf jeden Fall, also. Ja, kenn ich. Ja. So, du willst Erde haben, ja? Genau. Dann füll erstmal das Loch damit. Ja, genutzt. Nein, warte. Ich brauche Erde. Ja. Hier, nimm die, nimm die. Ja, ich, ich, ich nehm alles. Oh, nimm die. Danke. So, das reicht ja erstmal für unser erstes wohnliches Zuhause. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, was bauen wir und wie bauen wir es? Ja, ja, ich würde sagen, wir machen erstmal hier, ähm. Ja, hier auf jeden Fall, äh, mit dem Stone. Also nicht mit normalen Steinen, sondern, ähm. Fuck, ne? Ja. Hm, jetzt hab ich mich verbauen. Ja, es wird ab Nacht. Lass mal wieder back to our... Ja, jetzt haben wir hier irgendwas zugebaut. Was ist das? Gute Nacht. Ach, da, eine Straße weiter. Ich wohne, eine Straße weiter. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja, weißt du echt. Du schreibst mir bitte hin, Alter. Bitte was? Weiß nicht, ey, hast du Wurzel, Walter? Wurzel, Walter? Ja, sicher, Alter. Stein. 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 Stein, Alter. Ich brauch noch ein bisschen Kohle, ey. Tja, die brauch ich auch. Ach geht, Geld hab ich genug. Geld kann man nie genug haben. Ja, ich sag mal, eigentlich ist Geld ja nicht wichtig, aber es beruhigt. Ja, ist doch so. Ja, klar. Man sagt ja immer, man kann mit Geld nicht glücklich werden. Äh, kannst du schon. Aber wenn du einfach zu viel Geld hast... Ja. Ist klar, weil du kannst dir ja alles kaufen. Ja, da siehst du ja manchmal hier die ganzen... Genauso viel, dass du dir einiges leisten kannst, aber wiederum anderes auch nicht. Ja. Weil dann hast du noch Ziele. Ja, das stimmt. Ja, guck doch mal, siehst du, meine ganzen Promis einfach. Die ziehen sich doch da immer die ganzen Lines, Koks und sowas. Weil die Langeweile haben. Ja, ist ja so. Du musst ja kein Promi sein. Ja, aber was auch da kostet. Ja, siehst du. Ah, nein. Easy. Easy peasy. Ich bin noch ein bisschen ratlos, also wir wollen uns das Mittelalter nicht brauchen. Ja. Noch ist er ratlos. Noch, noch, noch. Und dann, und dann geht's ab, geht's ab, geht's ab. Auf jeden Fall. Fangen wir mal hier an. So, der Grundstein ist gelegt. So, das war's auch erstmal. Wir werden den in zwei Monaten erstmal wieder aufnehmen. Ich hab jetzt einen Stein hingestellt, ey. Das weiß doch alles, oder? Uh, der Grundstein ist gelegt. Oh, nein. Mal feiern, ey. Ja, genau. Ja, genau. Ah. Ja, auf jeden Fall hab ich mir gedacht. Erstmal so eine... Du kannst denken. Äh, ich meinte natürlich, kannst du denken, also, ne? Das geht jetzt nicht, ne? Was? Das hat er jetzt eingeschnappt. Mimose. Erstmal hier so eine Art Pforte. Ich brauche Erde, verdammt. Guck nicht so. Gib mir Erde. Was? Geht nicht. Ich brauche die selber. Nein. Ja, wird dein Matschblock da, oder was? Ah, du wirst dich gleich wundern. Ich mach das anders. Vielfalt. Zack. Es sieht noch nach nichts aus, aber es kommt. Naja. Kommen tun wir alle, früher oder später. Oh, okay. Hm? Hm? Hm, 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 hm. Nein, 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 nein. Trey. Oh, hier. Ernsthaft? Wieso kriege ich jetzt die Meldung, dass ich eine Verb-Venge gebaut habe? Das habe ich auch gerade gesehen. Okay. Mh. Tollen Abhitz. Was? Du Drecksack. Hahaha. Kann ich damit Treppen bauen, weiß ich gar nicht. Ja, geil. Geil. Dann baue ich damit. Oh, ja. Ich habe schon voll die Idee. Bond. Fieses Königreich, ey. Lava und so. Bitte was? Ja, halt, klapp. Okay. Ja, warte. Ich zicke. Sorry. Hm. Ja, haha, als mal die Treppe daneben sitzt. Nee, 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 das wird schon gut. Mhm. Wollen wir hoffen. Hm. Ähm. Wie ging nochmal die einen Dinger hier? Ähm. Hör auf zu Nudeln. Wie kann man nochmal hier diese, ähm, 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 na, wie heißen die Teile? Warte mal eben. Muss ich mal nachgucken. Ähm. Diese Pistons machen. Boah. Guck nach. 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 Guckst du lieber nach. Ach, da brauchst du ja noch... Ach, Eisen brauchst du da ja auch noch. Ja, nimm. Haben wir ja ein bisschen. Hm. Ja, aber ich glaube, ich brauche da ein bisschen mehr, ey. Da geh fahren, ey. Hm. Ja, muss ich dann wohl. Hm. Wie war das nochmal mit den Pistons? Hm. Wie war das nochmal mit den Pistons? Ja, weißt du das? Ich weiß es nicht mehr. Äh, ich auch nicht. Na, siehste. Ach. Pistons. Pistons. Oh, hier geht mir scharf um den Sack. Ey, verpistet. Wir gehen die... Ja, wir müssen doch eine Schaffarbe noch irgendwann aufbauen. Mhm. Dann sollte ich vielleicht nicht alle killen. Hahaha. Potato. Oh, nein, ey. Ich muss Tabak holen. Aufnahmekurschen. Ich bin so schlecht vorbereitet. Ja, ich merk's. Ich bin schlecht. Ja. Fuck. Ich mach hier auch mal einen ganz kleinen Cut. Also, bis gleich. Tschüss. Tschüss.